Weil das Nichts bleibt, das Nichts bleibt, wie es war. Danke, guten Tag! Es war ein fulminantes Finale an diesem 15. Juli auf dem Pingelhof zwischen Schwerin und Parchim gelegen. Das junge Staatstheater Parchim feierte mit seinem Publikum das Ende einer bewegten Spielzeit und die letzte Aufführung von Auf ein Bier am Klavier. Dabei hatte man am Anfang des Abends noch große Sorge, dass das Wetter nicht mitspielen könnte. Eine halbe Stunde vor Beginn schickte Petros dunkle Wolken und kräftige Regenschau. Doch der Wettergott ließ sich umstimmen. Mit den ersten Klängen der Musik, wie von Zauberhand, zeigte sich die Abendsonne über der Bühne auf dem Pingelhof. Und dann ging es richtig zur Sache. Theater, Theater, ihr schwingt uns Applaus, wir geben alles für euch. Du hast jeden Raum, mit Sonne geflutet. Du hast jeden Verdruss, ins Gegenteil verkehrt. Nur der Schnurr, deine sanft mütige Güte. Dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Die Idee für den unterhaltsamen Musikabend auf ein Bier am Klavier war den Theatermachern aus der Liebe zur Musik erwachsen. Jedes Ensemble-Mitglied spielt ein Instrument und singt von Herzen gern. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Die jungen Leute sind ja auch total geprägt durch die Musik ihrer Eltern. Und dadurch haben die mitunter ganz andere Lieblingslieder, als man glaubt. Also man glaubt, das sind irgendwie alles total aktuelle Songs und Hits, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und deswegen, glaub ich, treffen die so ein breites Publikum. Also die treffen die verschiedenen Generationen, weil zum Teil Gassenhauer, Evergreens oder sonst was. Und ich glaub, da haben wir eine ganz schöne Mischung gefunden. Und dann kam das Koks, dann kamen die Nutten, dann kamen die falschen Freunde und die kaputten Gedanken dazwischen. An diesem Abend wurden es mehr als 20 verschiedene Musikerbietungen. Das Publikum konnte sich mit der Intensität seines Applauses seinen Lieblingssong wählen. Das war schier unmöglich. Ich bin ein, nein, 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 nein. Komm, lass uns bitte, bitte beide romantisch sein. Wenn du gehen willst, lass ich dich gehen. Woran du glaubst, werde ich verstehen. Du kannst sagen, was du nie sagst. Alles fragen, was du nie fragst. Du kannst träumen, wovon du gleich träumst. Und versäumen, was du gern versäumst. Wen du träumst, willst du sehen, sei doch treu. Wenn du frei sein wirst, dann wirst du frei. Wann kommst du? Die Auswahl der Lieder, wirklich toll. Nicht nur 08, 15, das ist wirklich schön. Das letzte jetzt kannte ich nicht, aber die meisten schon so. Von Herbert Grönemeyer natürlich an Mike Hantereit. Es sind auch ein paar Lieblingsdiener von mir dabei, also ja. Ich war schon in der Addergaststätte in Parchim. Und das ist sehr schön mit Familie. Und da habe ich das heute in der SVZ gelesen und fand das, also zum Anlass zu nehmen, meine Freundin einzuladen und zu sagen, da gehen wir hin. Ich meine, das letzte von Dahlia Lavi, das kannte ich auch. Sie kann singen. Die nehmen Sie gut auf der Bühne. Nee, danke. Die kann gut singen. Nach der Pause gab es neben internationalen Hits auch Nachdenkliches. Unter den Gästen der Landrat des Landkreises Ludwigslust Parchim. Er pries sein Theater. Das Engagement dieser jungen Schauspieler, die ja viele so am Parchimertheater ihre ersten Schritte beim Theater machen, die engagiert dabei sind, die wirklich zeigen wollen, was sie a gelernt haben, b was sie können und auch Neues ausprobieren und Neues mit reinbringen. Das finde ich ganz toll. Man merkt ihnen an, dass sie es ihnen unheimlich viel Spaß machen. An diesem Abend spürten wirklich alle auf dem Pingelhof diese Leidenschaft und die Kraft der Musik. Sie eint, sie bewegt, sie rockt. Die Theatermacher aus Parchim lieben Musik und ihr Theater. Weil es war, weil das Nichts bleibt, das Nichts bleibt, wie es war. Danke, guten Tag! Pflugame! Pflugame!